Würdest du Fülle wieder in die Mannschaft mogeln oder zeigst du dem Hässlichen den Vogel? Ich würde ihn wieder in die Mannschaft mogeln. Vermisst du Füllkrug? Auf jeden Fall. Und fandest du den Namen wirklich lustig? Am Anfang nicht. Am Anfang musste ich ein deutliches Wörtchen mit ihm reden, aber mittlerweile mag ich den Namen, den er uns gegeben hat. Die Hässlichen Vögel, Hässlichen Vögel. Und was ist dein Lieblingstier? Ein hässlicher Vogel. Hässlichen Vögel.